Okay, ich hab'n feindlichen Ausbrust nicht auf BING vernichtet. Da oben ist einer drauf. Da ist ein ganzes Squad auf dem BING. Dann ist das dein Squad, den musst du dir jetzt holen. Du könntest mal nen Impfmarker draufsetzen, dass der Rest auch Bescheid weiß, wenn die das noch nicht wissen. Ja, da irgendwo, ich weiß nicht genau was, ähm, setzt zumindest mal ein Spectator oder irgendwas drauf, dass ich den Punkt wieder finde selber. Kann ich grad nicht. Muss ich warten bis es wieder schießt. Ist ne PAK. Wo? Auf BING. PAK-Schütze ist ausgeschaltet. PAK auf, ähm, Stora-Leitvehicle-Marker. PAK-Schütze ist der zweite Mann auch ausgeschaltet durch den Treffer. Hier ist Feind, komm am Mist. Ah, irgendeine Infizzen dran, warte, warte, warte. Versuch grad dabei, Deckung, den Leuten Deckung zu geben, die grad an der PAK sind und die Besatzung ausschalten können. Ja, ich muss gucken, was ich da irgendwie vielleicht hinkomme. Oh Mann, dieser Fails. So. Wohin? Hier auf mein, da wo ich lieg, kann sich den legen. Wo liegst du denn? Ja, ich bin deutlich weiter unten. Ja, leg du dich auf den Stein, wo ich vorher lag, ich setz hier hinten einen neuen OP in der... Ja, setz den aber so weit wie möglich von unserer Position weg, wenn wir kämpfen, ähm, weil, ja, ich glaub du weißt warum. Ja, ich mach's nicht, wenn die unsere Position sehen, dann haben wir ein Problem, wenn da direkt der Außenposten ist. Hier in dem scheißen Wald kannst du dich aber auch nicht verstecken, ne? Da wo ich den OP gemarkt hab, müsste alles... Ich hoffe nur, dass der Commander von hier nicht gemeint, er müsste von hier schießen, dann kriegt er von mir aber Kopfschluss durchsetzt. Ne, ich umlaufe jetzt auch und, äh, gehe frontal drauf. Ich muss dir da nicht spotten, oder? Du siehst da gut. Ne, ich seh die da selbst drum rennen. Ich veraimte zwar jeden dritten Schuss gefühlt, aber... Ne, gar kein Ding. Wir sind aufgeklärt durch die, äh, feindliche Flair. Ja, aber unser OP nicht. Ja. Na, bist du Sunny? Oh Mann, dass das Magazin so schnell leer ist. Oh, mich hat's erwischt von hinten. Von hinten? Ja. Irgendwas schnellfeuerndes. Oh, das ist schlecht. Wir bleiben aber auch wenn die Brücke verloren wird, hier hinten. Jaja. Auf jeden Fall. Kamera, wir sehen etwas gut. Ziele bitte melden, wir machen das. Was? Jetzt will mich das andere Sniper-Spot hier weg. Nö. Die können mich mal. Dann gebt uns bitte Deckung. Ich glaube, ich hab gerade den Feind im Commander ausgeschaltet. Nice. Mach du da, was du kannst. Ja, ich ignoriere heute das andere Sniper-Spot, was sie da labern. Ich setze unseren OP so, dass wir uns auch gleich um die Arti kümmern können. Hier würde jeder ein OP setzen. Okay, meine Position ist wieder bekannt. Ich nehm Stellung 6 vor. Ja, Copy. Okay, ich bin schon wieder ausgefallen. Ja, es ist halt scheiße, wenn wir mitten in dem Hauptangriff liegen vom Feind. Die hat er mir jetzt gut geschrieben, die Kills. Ich glaub, der Panther fährt los. Ja, den melde ich trotzdem noch nicht. Der, also ist ja unbeleidbar. Der, also ist ja unbeleidbar. Der Panther fährt los. Nee, der Panther fährt los. Sagt ihm trotzdem, dass ein Panther im Metacool los wird. Dann wissen sie schon mal Bescheid, auf was sie sich einstellen müssen. Der Metacool fährt ein Panther los. Das wird jetzt zwar ein Nahkampf-Sniper, aber... Eine AAT habe ich. Der zweite lebt einfach nach. Jetzt ist er ausgestiegen. Ah scheiße, hat mich... Ich glaub, da kam irgendwo der Schuss her. Ebend gerade. Aus der Richtung. Nee, da bin ich gerade doch vorbeigelaufen. Ja, ist weiter hinten, aber... Hab dich. Auf dem Finger habe ich einen ausgeschaltet. War ein verhaltenlicher Sniper. Ich habe gerade die Schalte als Sniper, den Sniper aus Errung geschafft bekommen. Heiß. Heiß, wir sind jetzt ein defensives Sniper-Skot? Ja. Wir brauchen auch gar nicht probieren, auf die gegen hochzukommen. Wo ist denn der Feind? Ähm... E7. E6. Ah, ich seh ihn. Ich seh ihn. E6 ist noch gar nicht. Ja, noch gar nicht. Versuch die mal zu flankieren ein bisschen. Warum leckt denn das Spiel jetzt? Ich muss auch mal raustappen und wieder reintappen. Dann läuft es wieder flüssiger. Das ist total merkwürdig, das Ding. Jupp. Ein im Gebäude ausgeschaltet. Da ist auch sogar ein Headshot. Befehlsgemäß. Auf Doc Garni Marks in Vorred runtergekommen. Also vielleicht ist die Garni oder der Spawner gleich weg. Der läuft gerade ein Agena rum. Da ist auch noch einer drinnen. Seh ihn nur nicht. Und was für dich noch ein niceres Ziel ist es hier oben. Fangen wir mal an. Der ist doch wie für dich gemacht. Den seh ich gar nicht. Auf den Streben. Ja, ich seh nur seinen Arm glaube ich. Hör mal auf zu bringen. Ich weiß ungefähr wo er ist. Ich muss uns in Position ändern. Ich jetzt. Hier. Hier unten drunter. Ja, ich will mich nicht ganz so offen entstehen. Muss erstmal wieder ein Stück zurück gehen. Also das wäre doch eigentlich ein Problem wäre. Da smog sich der Feind. Oh, da sind ganz viele hier unten. Ja, irgendwo ab. Jetzt einer weniger. Von ganz viele. Die haben halt mit ihrem Nebel immer wieder gesagt. Hier sind wir. Schieß auf uns. Bitte, bitte. Ja. Versuch nicht so oft daneben zu schießen. Werde selbst beschossen. Nehmen wir Stellungsexpern vor. Die Position da ist so gut, dass wir bitte nicht. Ja, nach ein, zwei Stoß wissen so in der Regel aus welcher Richtung es kommt. Ich schieße jetzt erstmal einen Moment nicht. Die Zeit kann ich zum Nachladen benutzen. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Oh, scheiße. Hier liegt eine deutsche Granate direkt neben mir. Ich werfe sie zurück. Was ihr könnt, kann ich auch. Sie werden die Stellung hier gleich nehmen. Haben die Stellung genommen. Copy. Wen kopierst du? Darfst du es überhaupt? Hast du ein Copy-Shop? Wir sollen. Warte mal, ich habe Steps bei mir. Geh du in Brückenkopf, setzt du dich da rein. Ähm. Ich such gerade einen feindlichen Außenposten. Oder eine Garni. Die hier irgendwo bei mir sein muss. Ich renne jetzt hier bestimmt nicht um. Okay, ich habe einen feindlichen Außenposten hier auf Pink vernichtet. Und den Offizier, der dazu gehört, weil die sind da gerade gespawnt. Oh, die müssen sich ärgern, ne? Außenposten zerstört. Sie konnten noch spawnen. Und dann erschießt einen Sniper mit einem zweiten Schuss den Offizier. Ja. Da oben ist einer drauf. Da ist ein ganzes Squad auf dem Pink. Dann ist das dein Squad. Den musst du dir jetzt holen. Du könntest mal einen Impfmarker draufsetzen, dass der Rest auch beschalligbar ist, wenn die das noch nicht wissen. Ja, komm. So, stell doch mal ab. Okay. Kann ja nichts machen, solange die sich hinter der elendigen Mauer verstecken. Okay. MG auf Pink ausgeschaltet. Oh, das macht richtig Spaß. Ich sehe dich. Ich glaube, ich habe in der Runde auch meine längste Trefferserie gemacht. Mit sechs Schuss in allem Leben. Außerhalb von einem Panzer. Das war doch alles unter allem eine angenehme Runde. Perfekt. Du kommst doch genau für die Belohnung. Nice. Ne, war echt eine schöne Runde. Ich bin langsam echt müde im Kopf. 24 Kills habe ich gemacht. Bei 19 Toten, von denen allerdings der ein oder andere ziemlich überflüssig war. Aber hey, habe ich zumindest mal Sniper Gameplay für YouTube. Ich hoffe, dass die Aufnahme geklappt hat. Das ist gut, ne? Ja.